Kim, Virginia und 24Tim kommen sich ganz nah. Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfen das Reality-Sternchen und der Influencer um die begehrte Krone. Statt des Sieges ist es jedoch ihre Freundschaft, die sie mit nach Hause nehmen. Umso überraschender sind deswegen aktuelle Aufnahmen der beiden. Ein Clip zeigt die einstigen TV-Camper bei einer wilden Knutscherei. Die Community ist sich jedoch in einem auf Anhieb einig. Der plötzliche Kuss ist nur für Fame. Die haben die Kamera doch gesehen und es mit Absicht gemacht. Vor allem Tim kommt bei der fraglichen Aktion nicht gut weg. Im Netz löst der Bling-Bling-Interpret eine regelrechte Welle der Enttäuschung aus. Tim hat sich bei vielen sympathisch gemacht und verbockt es gerade wieder. So schade. Egal, ob der Kuss gestellt ist oder nicht. Mehr Aufmerksamkeit verschafft er den zwei Ex-Campern allemal.